... ... Jolos! Das ist ja auf einmal Nacht. Ich filme. Du bist gerade auf Video, meine Hase. Vielen Dank. Vielen Dank. Alter, in Sekunden war es schwarz. Das ist ein Orkali, das ist ein Tornado. Das wird jedes Mal heftiger. Boah, was ein Geräusch. Das ist ein Geräusch. Das ist ein Geräusch. Das ist eine Windhose. Du kannst den ganzen Mund voll mit Sand. Du siehst, das ist ein Geräusch. 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 Boah, scheiße, ey. Das ist ein Geräusch. Hast du das gehört? Das ist ein Geräusch. 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 Jetzt haben Sie gerade die Stürmschäden alle beseitigt. Jetzt können sie gerade wieder von vorne anfangen. Also die kleinen Bäume hier unten beim Wäscheplatz, die lagen auf der Erde. Ja, da dürfte einiges kaputt sein. Meine Güte. Und kein bisschen Gewitter dazu. So, bloß ein bisschen Blitze. Du hörst kein Donner und nichts. Das, was wir hören, ist nur der Regen und der Wind. Ja, sie haben ja Warnstufe Violett. Hatten sie ja ausgegeben. Ja, unsere Marquise ist auf Fußboden gelegen. Zum Glück hast du aufgepasst, meine Nase. Ja. 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 Ja.